Hallo ihr Lieben! Ich habe mir was ganz Besonderes für euch ausgedacht, nämlich die Aktion Hier und Jetzt im Wohnzimmer. Das bedeutet, dass ich zu euch nach Hause komme in euer Wohnzimmer und mein Album Hier und Jetzt von vorne bis hinten für euch vorsinge. Und das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist ein Foto mit euch und meinem neuen Album Hier und Jetzt auf meiner Facebook-Seite zu posten, alles im Menüpunkt Hier und Jetzt im Wohnzimmer auszufüllen, damit ich auch weiß, wo ich hinkommen muss. Und dann drücke ich euch ganz, 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 ganz fest die Daumen, damit ich bald nicht mehr hier in meinem Wohnzimmer sitze, sondern bei einem von euch. Also, macht mit und macht es gut! Viel Spaß!